Wir sind mal mit einem Höhlenforscher unterwegs gewesen. Wenn du in eine Höhle gehst, darfst du keine Angst vor Dunkelheit haben, du darfst keine Angst vor Spinnen haben und du darfst auch keine Angst vor engen Räumen haben. Wir mussten uns durch Spalten quetschen. Da kamst du nur durch und nur weiter, wenn du ausgeatmet hast. Und dann gab es einen Tunnel, so einen Ausgang oder Eingang in der Höhle. Dann bin ich da durchgekrabbelt, durch diesen Tunnel und in diese Kammer rein. Ich habe es irgendwie gerade so geschafft, mich umzudrehen. Und dann musste ich warten auf das Kommando vom Kameramann. Und dann hockte ich da. Und es war wirklich, da habe ich das erste Mal gemerkt, wie so ganz langsam so Panik von unten hochkrabbelte. Wenn ich jetzt mich nicht konzentriere und das irgendwie wegdenke oder wegatme, dann habe ich so eine richtige klaustrophobische Panikattacke hier. Ich bin einfach ein Schisser. Wild und Fremd Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten Von Ole und Tore Moin, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Short Story von Wild und Fremd. Eurem Podcast über Entdecker und ihre Geschichten, über Abenteuer und über den Forschungsgeist der Menschheit. Ich bin Tore. Ich bin Ole und wir haben schon über Nordpol Expeditionen gesprochen, über Menschen, die im Flugzeug einfach die Welt umrundet haben, über Undercover-Recherchen, über Schatzsuchen. Ich glaube, ihr wart mit uns fast in jedem Teil der ganzen Welt unterwegs und wir haben so viele verschiedene Charaktere kennengelernt. André zum Beispiel, unser erster Protagonist, dieser super naive Ballonfahrer. Genau, genau, Irhard, Emilia Irhard, die Pilotin, Dejelach als verzweifelter Polarforscher. Wimper in der letzten Folge. Oh ja, genau, falls ihr die noch nicht gehört habt. Tragödie am Matterhorn, auf jeden Fall empfehlenswert, definitiv. Safe. Das waren kindliche Träumer, unerschüttliche Draufgängerinnen, Verzweifelte und Verrückte. Aber die hatten alle eine Sache gemeinsam. Die sind losgezogen ins Unbekannte und haben dort etwas gemacht, was noch nie jemand vor ihnen getan hat. Sicherlich, dafür gibt es relativ viele Gründe, aber eine Sache, ein Charakterzug, den hatten sie wohl alle gemeinsam. Und zwar die Neugier. Ohne die Neugier würde es diesen Podcast doppelt nicht geben. Wir hätten keine Geschichten zu erzählen gehabt, weil sich diese Menschen überhaupt gar nicht rausgetraut hätten. Und wir wären auch nie auf die Idee gekommen, in irgendwelchen Archiven nach alten Tagebucheinträgen und Briefen zu graben. Und würde es wahrscheinlich sogar dreifach nicht geben. Stimmt, ja. Weil wir dann nicht so viele Leute hätten, die super gerne die Geschichten anhören und einfach mit Neugier verfolgen, was so in den letzten 200 bis 500 Jahren alles passiert ist. Shoutouts an euch an dieser Stelle nochmal. Komplett. Tore, wir sind heute nicht im Wild- und Fremdstudio. Ich weiß, ich habe es schon gemerkt. Wir sind auch nicht in Hildesheim, nicht in Berlin. Wir sind einfach in Köln. Ich habe dich in den Zug gestoßen und wir sind drei Stunden durch schöne Landschaften gefahren. Sind jetzt in Köln und wir sind nicht alleine. Ich habe dir jemanden mitgebracht, derjenige, der sich am meisten mit Neugier auskennt. Und er ist Moderator, Autor, Kindheitsidol. Das am meisten. Und Schauspieler. Herzlich willkommen, Ralf Kaffee. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, es freut mich total. Ja, das mit dem Schauspieler. Ich weiß auch nicht, es liegt irgendwie, ich weiß nicht, wer das bei Wikipedia mal so... Steht es bei Wikipedia drin? Ja. Ja, das steht drin. Das ist ja nervig. Und ich komme nicht dazu, irgendwann mal, ich komme nicht dazu, diesen Eintrag zu ändern, weil ich bin einfach kein Schauspieler. Es wäre so, als würde ich mal aus Versehen jemanden einen Zahn ausgeschlagen haben und dann steht auf Wikipedia, der ist Kieferchirurgen. Achso, achso, okay. Oder Profiboxer. Ja, Profiboxer. Nee, das ist so... Aber kannst du bei Wikipedia anrufen und sagen, hier... Nee, ich kann mich ja, ich kann ja selbst da den Eintrag ändern, aber... Na gut, aber dafür musst du ja erstmal Autor werden und dann musst du... Ist denn, ich bin ja immer noch... Ich muss... Ist es immer noch so rigoros, dass ich mich anmelden... Also klar, muss ich mich anmelden, aber... Also ich habe mal... Ich wollte mal einen Wikipedia-Artikel schreiben, tatsächlich. Über dich, ne? Nein, nein. Ja, das ist... Das war dann so der Plan. In zwei Jahren habe ich mich dann hochgearbeitet auf der Pyramide. Nein, und das war sehr rigoros. Aber du kannst ja sagen, hallo, ich bin Ralf Kaspers und kannst dann einfach ändern. Klar, das könnte man sagen, aber also als ich mich angemeldet habe bei Wikipedia, war es so, du machst einen Account, bist da und dann kannst du einfach editieren. Ah, krass. Bei mir musste das, glaube ich, alles genehmigt werden. Ja, so eine Art Pyramidensystem, glaube ich. Das kann sein, dass es jetzt mittlerweile strenger ist, ja. Aber das ist ja sinnvoll, oder? Sonst kann da ja jeder was reinschreiben. Safe. Und das sagen Lehrer ja auch immer, aber es stimmt halt einfach nicht. Früher war es tatsächlich so. Jeder konnte da irgendwas hinschreiben. Ja. Vielleicht genau deshalb. Das hat dann nicht so lange gehalten und zum Glück hält es dann heute auch nicht. Genau, von wegen, doch, die Erde ist flach. Das steht bei Wikipedia. Und dann übernimmst irgendwelche anderen Quellen und dann werden die als Quellen angegeben. Genau. Und dann zack, zack, zack. Aber eigentlich wollten wir gar nicht über Wikipedia sprechen, sondern wir wollten dich fragen, was du unter Neugier verstehst. Das ist ganz einfach zu sagen. Stell dir eine Straße vor und in der Straße sind ganz viele Schlaglöcher und jedes Schlagloch ist etwas, was fehlt natürlich. Und Neugier ist der Schmerz, den du hast, wenn du jedes Mal mit deinem Fahrrad durch so ein Schlagloch bretterst und denkst, ah, scheiße, ich muss jetzt mal das Schlagloch füllen, damit ich hier ganz entspannt durchfahren kann. Und das ist Neugier. Also das Füllen von Sachen, die nicht da sind, finde ich. Richtig gute Erklärung, ja. Ey, können wir bei Wikipedia anrufen und das als Definition festlegen. Ist ja auch so eine Art Schmerz in dem Fall dann, ne? Es ist wie so ein Juckreiz, wenn du was nicht weißt und denkst, scheiße, was ist denn das jetzt oder was steckt dahinter? Und das ist irgendwie das, was für mich Neugier ist. Wenn man Kindern Wissen vermittelt, wie du das ja tust, mit Wissen macht A, mit der Sendung mit der Maus, mit unzähligen Büchern und YouTube-Formaten, worum geht's da eigentlich? Geht's da drum, einfach nur Wissen zu vermitteln? Oder geht's vielleicht eher darum, zusammen irgendwie mit dem Fahrrad über diese Straße mit den Löchern zu fahren und zu checken, okay, da ist irgendwas kaputt, lass uns das vielleicht zusammen fixen? Ich glaube, es ist beides natürlich. Also in erster Linie ist es bei Wissen macht A zumindest ja Unterhaltung gewesen. Wenn es nicht unterhaltsam gewesen wäre, hätte es keiner angeguckt. Also muss es irgendwie zumindest Spaß machen, da hinzugucken. Und klar, wenn dann irgendwelche Sachen hängenbleiben, warum zum Beispiel der Regenbogen genau die Farbanordnung hat, die er hat, dann ist es ganz gut. Und als übergeordnetes Ziel oder Idee ist natürlich, dass man erstens selbst Sachen ausprobiert, dass man selbst versucht, die Küche im Chaos versinken zu lassen, indem man irgendwelche Versuche macht. Und dann natürlich sich einfach so Gedanken macht über alles Mögliche. und vielleicht selbst guckt, was weiß ich eigentlich selbst noch nicht und versucht, das dann rauszufinden oder zu gucken, wie man fragen kann. Das gehört so alles mit dazu, ja. Wir haben das jetzt immer ziemlich gehypt, aber gibt es auch Nachteile, wenn man so neugierig ist? Ich meine, wir haben Geschichten bei Wild und Fremd, die auch manchmal schief gehen, aber sie erzählen immer von neugierigen Menschen, die dann auch oft nach Hause kommen und denen es zu Hause dann nicht mehr so gut geht wie davor. Ja genau, wir nennen das Polkrankheit. Ganz oft zu beobachten, auch bei so Leuten, die auf Arktis oder Antarktisexpeditionen waren, die kommen dann zurück, haben das erreicht, was sie erreichen wollten und dann ist irgendwie diese Flamme weg. Deswegen, kann Neugier zu einer Sucht werden? Keine Ahnung, ich bin ja eher so ein Stubenhocker, ich würde freiwillig wahrscheinlich nie rausgehen und deshalb ist es immer ganz schön, wenn ich rausgeworfen werde und Sachen machen muss, aber, ja und ich bin auch sehr faul eigentlich. Das heißt, ich hänge gerne rum. In so ein Loch bin ich noch nie gefallen. Es ist oft auch so, wenn ich zum Beispiel ein Buch fertig geschrieben habe und das abgegeben habe, das ist eins der besten Gefühle, weil endlich kann ich wieder ohne schlechtes Gewissen nichts tun, weil das Ding ist abgehakt und klar kommt dann das nächste, aber es ist so, ich finde es eher schön und ich finde es gar nicht schlimm. Vielleicht ist es auch wirklich einfach ein grundlegender Charakterzug, ob man jemand ist, der im Herzen rastlos ist oder nicht. Vielleicht, ja und ich bin da eher wahrscheinlich so gemütlich. Aber trotzdem viel in der Welt unterwegs. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir erzählen in unseren Folgen ja quasi nur über Menschen, die aufgrund ihrer Neugier in Extremsituationen gekommen sind. Kannst du erzählen, was deine krasseste Extremsituation war, in die du wegen der Neugier reingeraten bist? Ich war extrem in Extremsituationen, ja. Und ich glaube, was ich am härtesten fand, war, wir sind mal mit einem Höhlenforscher unterwegs gewesen. Wir mussten uns durch Spalten quetschen. Da kamst du nur durch und nur weiter, wenn du ausgeatmet hast, weil beim Einatmen halt dein Brustkorb sich weitet und dann wärst du halt da steck geblieben. Und wir mussten also so praktisch so quer da durchgehen. Das war okay. Es war jetzt nicht, es waren nur zweieinhalb Meter oder so. Also es war kein Problem. Und dann gab es einen, eine Art Tunnel, so einen Ausgang oder Eingang in der Höhle. Und der Kameramann meinte, es wäre total schön eigentlich, wenn du da aus diesem Tunnel rausgekrabbelt kämpfst und dann deinen Text sprichst. Und ich so, ja okay, da muss ich erst mal rein, oder? Und dann meinte der Höhlenforscher, ja, du kannst da reinklettern in den Tunnel. Also der war ungefähr so, hatte so einen Durchmesser, wie ich, wenn ich meine Arme zu einem Ring mache. Also nicht wirklich groß. Okay, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer 60 Zentimeter? Ja, also es war schon eng. Also sehr eng, ja. Und er meinte, dieser Tunnel geht ein paar Meter und dann kommt eine Art Raum, so eine Kammer und da kannst du dich umdrehen und wieder zurückkommen. Also im Tunnel konnte ich mich nicht umdrehen. Das war einfach nur so schmal, das war wirklich echt eng. Und dann meinte ich, okay, das mache ich. Dann bin ich da durchgekrabbelt, durch diesen Tunnel und in diese Kammer rein. Die Kammer war ungefähr so groß wie, ja, stell dir einen normalen Esstisch vor. Also einen kleineren Esstisch und unter dem Tisch, wenn du dich da zusammenkauerst und versteckst, so groß war diese Kammer. Da war ich also, habe es irgendwie gerade so geschafft, mich umzudrehen und dann musste ich warten auf das Kommando vom Kameramann. Und dann, dann hockte ich da und es war wirklich, da habe ich das erste Mal gemerkt, wie so ganz langsam so Panik von unten hochkrabbelte. Und ich dachte, boah, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mich nicht konzentriere und das irgendwie wegdenke oder wegatme, dann, dann habe ich so eine richtige klaustrophobische Panikattacke hier. Und dann sagt er, ja, okay, kann es kommen. Und dann bin ich rausgekrabbelt und dachte mir, boah, ey, grausam eigentlich. Ich habe so gefragt, was eigentlich, wenn ich hängen geblieben wäre, was wäre dann denn passiert? Und man meinte, ach, wir kriegen die alle immer irgendwie raus. Und dann hat er eine Geschichte erzählt von einer Expedition, wo ein Kollege auch in so einem Tunnel hängen geblieben ist. Und es ging nicht vor, nicht zurück. Das war der einzige Ausgang nach draußen. Und ja, es ging nichts mehr. Und dann habe ich gefragt, was habt ihr denn gemacht? Wie habt ihr den dann rausgeholt? Und dann meinte er, ja, wir haben dann das Schlüsselbein gebrochen und dann konnten wir ihn rausziehen. Und dann dachte ich, okay. Schön, dass du mir das jetzt erzählst und nicht bevor ich in den Tunnel reingeklettert bin. Ralf, du warst einfach die letzten Jahre unglaublich viel in Bewegung. Du warst in Indien, du warst auf jeden Fall auch in Brasilien, Japan und du bist als Kind einfach in Borneo geboren worden. Das ist einfach so eine kleine Insel, also super weit weg. Wie fühlt sich das an? Hast du immer noch ein klares Zuhause? Sagst du, Köln ist dein Zuhause? Oder fühlt sich das an, als wäre dein Zuhause auf mehrere Stellen verteilt? Nö, mein Zuhause ist eigentlich mal da, wo ich bin. Ich habe da, ich habe auch keinen Heimweh zu irgendwelchen fernen Orten oder so. Da, wo ich mich wohlfühle, da fühle ich mich zu Hause, ehrlich gesagt. Ralf, wir haben dich kennengelernt, ich glaube, wie super, super viele andere auch über Wissen macht A. Und da wollten wir einfach nochmal ein, zwei Sachen zu wissen. Guckst du dir noch deine allerersten Episoden von, weiß ich nicht, Wissen macht A oder? Nee, ich habe die gar nicht. Also. Aber du könntest sie ja finden. Ich könnte sie finden, ja. Aber du hast nicht das Bedürfnis, die dir nochmal anzuschauen. Nee. Also, ich hätte kein Problem damit, ich fände das ganz lustig. Ja, okay, okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ach, es ist so ein schöner Apriltag. Ich glaube, ich gucke mir mal die Sendung von vor 30 Jahren an. Ja, okay, das ist verständlich. Krass, aber ich hätte gedacht, man macht das besonders, wenn man so viele Folgen produziert hat, dass man die dann einfach immer wieder guckt. Ja, gut, bei 470 Folgen hat man ja ziemlich viel zu gucken. Ja, das stimmt. Nee, ich spule die Beiträge mal vor. Mich interessieren nur meine Moderationen. Achso. Es gibt auf YouTube so ein Best of Ralf Kaspers. Hast du dir das mal angeguckt? Nee, ich glaube nicht. Das ist echt gut. Ja, das ist richtig gut. Das geht, glaube ich, eine halbe Stunde oder so, aber das ist Hammer. Vielleicht gucke ich mir das mal an. Ja, war sehr gut. Das war die volle Dosis Ralf Kaspers. Schlimm. Ja, schön. Ich schicke das meiner Mutter. Oh je, oh je. Ihr hattet als Slogan Klugscheißen mit Schari und Ralf. Das war für uns das erste Mal, dass wir ein Schimpfwort im Fernsehen gehört haben. Echt? Ja, auf Giga liefen ja sonst einfach keine Schimpfwörter. Nee, das stimmt. Das heißt aber auch, ihr wart nicht in Bayern. Weil in Bayern war es so, das war ja immer auch bei den Programmzeitschriften. Die haben natürlich so immer die Hinweise bekommen, okay, das und das kommt in den Sendungen vor und das sind die Sendungen und überall stand dann Wismar A. Klugscheiß mit Schari und Ralf. Nur in Bayern nicht. Der Bayerische Rundfunk hat immer geschrieben, Wismar A, besser wissen mit Schari und Ralf. Klugscheißen war für die so, nee, das können wir nicht sagen. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis die es auch gesagt haben. Okay, aber sie haben es irgendwann dann übernommen. Weißt du, wer sich das ausgedacht hat? Also der Titel war Wismar A ist von mir und der Rest eigentlich auch. Es sollte eigentlich ursprünglich, sollte die Sendung nur A heißen. Und dann hatten wir schon im allerersten Studio auch so ein großes A an der Wand, wo wir das Ausrufezeichen so rausziehen konnten, um uns draufzusetzen. Und als wir das erste Mal im Studio waren und alles irgendwie fertig war, gab es einen Anruf von der Leitung vom Kinderfernsehen oder keine Ahnung. Und die sagten, nee, also wir haben jetzt nochmal überlegt, war alles schon fertig, die Sendung kann nicht A heißen. A ist einfach viel zu kurz, das funktioniert nicht. Wir nennen die Schlau-TV. Und ich so, fürchterlich, wie kann man Schlau-TV, das mache ich nicht. Außerdem haben wir das A schon da. Das hört sich an wie so ein Verkaufs. Das ist grausam, ja. Und dann, ich habe ja vorher MU, das Tiermagazin, gemacht und dann war es irgendwie so, die Kuh macht MU und Wissen macht A und so kam das dann. Wir müssen noch eine Frage klären, die wir bislang alle Leute gefragt haben, mit denen wir Interviews gemacht haben. Und zwar, was ist der schönste Ozean dieses Planeten? Möglichkeit A, der Atlantik oder Möglichkeit B, der Pazifik? Hast du einen Favoriten? Wasser ist immer gut. Ich war öfter im Atlantik als am Pazifik, deshalb kann ich es gar nicht so richtig vergleichen. Hm. Muss ich mich entscheiden? Ja, safe. Das ist wie Ananas auf Pizza. Ja, Ananas auf Pizza, ja. Ja, okay, dann können wir das jetzt hier abbrechen. Nee, dann ist es jetzt hier vorbei. Okay, das ging schnell. Ich esse aber auch Nutella auf Pizza. Das ist super. What? Ohne Tomate natürlich. Nur Pizzaboden. Pizzaboden, Nutella drauf, kalzonemäßig zusammenklappen und in den Ofen. Du kannst teilen, wenn du willst. Es ist die beste, perfekte Mischung aus süß und salzig. Es war so, dass wir irgendwann mal Pizza gemacht haben und es blieb abends Teig übrig. Und zum Frühstück dachte ich mir, ich habe doch noch Teig. Aber ich hatte aber keine Pizza. Also habe ich einfach Teig genommen und Nutella drauf geschmiert und das in den Ofen getan. Das war super. Musik 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 Wir wollen natürlich auch nochmal ein bisschen über den YouTube-Kanal sprechen. Jetzt kommen wir aber langsam auch zum Ende. Dimension Ralf. Ich habe mir aufgeschrieben, es geht um alles. Ja. Also und dann in Klammern Geheimnisse des Universums, was ein bisschen stark klingt, aber ich glaube, das ist es doch, oder? Ja, es geht so, wir gehen immer so an die Grenze, an die Grenze der Wissenschaft eigentlich. Ja, ja. Und gucken, wo wird geforscht, aber wo ist es alles komplett unsicher. Zum Beispiel das Gehirn. Klar ist es total erforscht, aber keiner weiß so richtig hundertprozentig, wie das alles funktioniert. Oder wie sich zum Beispiel Bewusstsein bildet. Oder wo dein Ich ist. Das ist irgendwie so ganz vage alles. Da gibt es total interessante Experimente und über sowas reden wir. Wir können den Kanal auf jeden Fall extrem empfehlen. Ich auch. Das glaube ich. Ist auch mega erfolgreich. Also wirklich, wir waren richtig baff. Richtig krasse Abrufzahlen. Da gab es so ein Video über den Tod. Ich glaube, das hat nach zwei Wochen irgendwie 300.000 Klicks oder so. Ja, richtig gut. Ich habe mir, ich habe gestern eine Klausur geschrieben und habe mir irgendwie vor ein paar Tagen das Video zur Prokrastination in der Bib angeschaut. Ich habe mich angeschaut, während ich nicht Pause gemacht habe, sondern rumgesurft habe. Aber das war auch sehr, also es war wirklich mega gut und auch extrem. Ja, vielen Dank. Ich finde es auch, es macht total Spaß. Es ist das erste Mal, dass ich jede Woche was Neues rausbringen muss. Und ey, ich habe so, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste das alles alleine machen. Wie ja viele Creator das machen. Und dann regelmäßig abliefern. Ja. Das ist schon echt krass. Also da ist im Grunde Burnout vorprogrammiert, wenn du das so richtig, richtig extrem gut machen möchtest. Falls du oder falls ihr irgendwann mal über historische Expeditionen sprechen solltet und noch ein oder zwei Experten braucht. Ja, das ist eine gute Idee. Dann melde dich gerne bei uns. Vor, ich glaube, zwei Jahren oder so habe ich diesen Reiseführer gemacht. Ich glaube Atlas Obscura war das. Das sind Porträts von Orten auf der Welt, die ganz besonders sind oder geheimnisvoll oder irgendwie, ja, dich komplett umhauen. Und das ist echt ein super, super Buch, ein super Hörbuch und auch eine super Seite gewesen. Oder die gibt es immer noch natürlich. Atlas Obscura. Ey, Wild- und Fremdfans, dann verlinken wir das. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt, aber ich meine ja. Sonst müssen wir den Namen overduppen, dann müssen wir den jetzt alle einmal nochmal sagen und dann wird der drüber geschnitten. Bei Wismar A gab es immer so Kurzfilme quasi, wenn irgendwas erklärt wurde und da gab es immer ziemlich viel mit Krankheit und Gesundheit, wie Viren funktionieren. Und da gab es einfach so einen Typen mit schwarzen Haaren, der ziemlich oft gezeigt wurde und der heißt Fug. Ja. Wie geht es eigentlich Fug? Ich glaube gut. Also Fug wohnt auch hier in Köln. Ah, okay, sehr cool. Und wir laufen uns hin und wieder beim Weg. Aber weißt du, ob er noch Videos für Wismar A macht? Also ich glaube, in der letzten Staffel, wo ich mitgemacht habe, hat er noch welche gemacht. Ich meine ja. Nice. Dann müssen wir auch mal wieder Wismar A gucken. Ja. Die neuen Folgen. Auf jeden Fall. Das machen wir, ja. Ja, Ralf, das war es einfach. Damit sind alle unsere Fragen verspielt und ich glaube, ich kann jetzt schon mal sagen, tausend Dank. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Gerne. Es war richtig cool. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und ich habe für mich echt eine neue Definition von Neugier entdeckt. Das finde ich sehr, sehr gut. Sehr gut beschrieben. Freut mich. Wie immer. Ich glaube, wir werden immer besser in Interviews. Ich hoffe. Wir gucken auf jeden Fall zu Hause noch ein bisschen Wismar A. Und liebe Zuhörer, macht das auf jeden Fall auch. Und schaut auf dem neuen YouTube-Kanal von Ralf vorbei. Dimension Ralf. Wir haben euch alles in den Show Notes verlinkt. Bis dahin. Fert's gut. Untertitelung des ZDF, 2020